Hallo Leute und damit recht herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial von OpenOffice, wie man sich dort ein Textdokument anlegt, was eigentlich sehr einfach ist. Ich zeig's euch mal kurz. Ihr müsst es euch ja erstmal downloaden, wie ich ja schon gesagt habe beim ersten Tutorial, wie man sich eine Präsentation anlegt. Müsst ihr euch erstmal downloaden und dann ein Textdokument öffnen, wie ich es gerade gemacht habe und dann seht ihr hier das da. Das ist eine Seite, die unschwer zu erkennen ist und hier oben seht ihr erstmal Textkörper, also habe ich Standard einfach, dann kann man auch Textkörper, Überschrift 1, Überschrift 2 und so, da die ganzen Sachen, also verschieben und so und auf Standard ist eigentlich am besten, da ist sie nämlich ganz oben, dann könnt ihr euch hier noch die Schrift aussuchen. Hier gibt's so ein paar Sachen, was ich eigentlich ganz gerne benutze, warte, das hängt gerade ein bisschen, ist Comic Sans MS, also jetzt hier, und dann warte, ich mach mal die Schrift größer, das kann man hier auch machen. Hier ist sie auf 12 gestellt, aber es geht bis 70 oder so, sogar bis 96. Ich stelle jetzt einfach mal auf 20 und dann schreibe ich einfach mal irgendwas, jetzt hier zum Beispiel und dann muss man einfach auf Enter drücken und dann geht's da runter und das hier ist jetzt unterstrichen, weil es das Wort im Wörterbuch nicht gibt und dann kann man das hier auch noch ändern und zwar muss man es erstmal markieren und dann auf F drücken, dann ist es Fett, dann auf K drücken, dann ist es Kursiv und dann auf U drücken, dann ist es unterstrichen und da kann man sich auch noch die Farbe aussuchen von der Schrift, da muss man hier drauf und kann sich dann hier eine aussuchen, hier ist mal Grün, das ist der Hintergrund von der Schrift Grün und dann kann man mal hier drauf gehen und dann auf, so, dann sieht das Ganze so aus, was jetzt nicht so prickelnd ist. Ähm, oh, ja, ähm, das war erstmal das hier und dann, ich mach jetzt mal kurz auf weiß, so, blablabla, dann kann man hier, was gibt's noch, gewissenswertes zu sagen, Format übertragen, warum man nicht, äh, ja, dann, was gibt es noch, neu, muss man einfach hier oben drauf klicken, das mach ich mal weg, weil ich hier schon eine neue Folie habe und Zeichenfarbe kann man hier, mach mal auf Grün und dann mach ich so, dann sieht's wieder so aus und, ähm, hier, genau, hier kann man drauf drücken, dass die Schrift dann direkt in der Mitte ist. Jetzt, ich zeig's euch mal. Und dann ist die Schrift so in der Mitte, wenn man drückt hier drauf, dann ist sie hier, oder hier, oder hier, und so. Und, ähm, hier, man kann hier oben drauf drücken, dann kommen immer Nummern, also wenn ich jetzt so mach, kommt ein Zweine, und so. Wenn ich hier drauf drücke, dann ist es dort am Rand, kann man noch schreiben, und hier, dann ist es wieder hier drin, und suchen, was soll man da suchen, gar nichts. Und, ja, das war's eigentlich, und dann bis zum nächsten Tutorial mit eurem Probe. Tschüss!